Schnell weiter so Und weiter geht's. Boah, 88% Terra, Leute. Gleich geht die Luzia. Ich hab 72. 62. Ich hab null. Hahaha. Ich hab null. Das musste jetzt sein. Ja. Ähm, Dingens, ne? Ähm, ist Tolga eigentlich wieder mal on? Weil Tolga hat gesagt, wenn du kommst, dann will er auch wieder spielen. Oh nein, Tolga und ich, das wird nicht gut enden. Tolga frickt mich dann jedes Mal nach Geld. Weil der weiß ganz genau wie viel Geld ich hab. Der Lappen. Hast du das grad mitbekommen? Guckst du grad meinen Streamline, ne? Was? Guckst du grad nicht, ne? Ich hab mir grade, ähm, 134 Spikemonax gekauft. Ja, 1500 Devil-Daten und ich hab kein Dings rausgekauft. Vergiss es, Alter, ich hab schon 2000 Eier zerschrottet. Boah, das ist so ein Scheiß-Trix, wie ich verkauf jetzt wieder die X für 120 M each. Hab's doch für 90 gekauft, verkauf ich jetzt für 120. Ich glaub, das hat was mit diesen Mit-Daten zu tun, seit's dir gibt im Cash-Shop oder was. dass das jetzt mit den Loader nix mehr funktioniert, hab ich das Gefühl. Ja, aber doch nicht mit, äh, mit Normal-Lex, also, ne? Ja, also, ich weiß nicht. Ich hab so viele gekauft. Seit ich das gesehen hab, dass das zu BL-Filmern wird, oder was das ist, oder halt Rage-Mod. Wollte ich das haben, aber... Aber, aber? Bis jetzt noch nicht. Aber wenn ich ein Ei seh, was 4 von 5 ist, oder 5 von 5 kauf ich will, das... Hätten wir teuer werden, auf jeden Fall. Ich hab eins gesehen, 4 von 5 60 T, und denk ich mal 100 T oder sowas, oder 120, keine Ahnung. Ist schon krass, ey. Ich hätt das schon mal verkaufen sollen, das seh ich immer noch so. Japp. Das war ja alles, äh... Wenn da ein neues Digimon rauskommt, werd ich mir auf jeden Fall 5 Stücke holen. Vom Psychmon? Hä? Vom Psychmon? Nein, wenn es ein neues rauskommt, weil die sind ja bei uns nicht mehr permanent im Shop, also, wenn das Event vorbei ist, kannst du das voll teuer verkaufen. Ja, ich hab ja jetzt gerade wieder Dingens, ne Apokalimon hab ich ja jetzt gerade wieder am Start. Bin ich ja gerade am Verkaufen für 65 T. Mal gucken, ob das was bringt. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich meins verkaufen soll, jetzt. Ich hab nur ein Apo-Items. Ja, man muss halt aufpassen, weil die können ja auch noch durch diese Zeit-Events Coins reinbringen, wo sie bei einem Items mal reinmachen. Jo. Du hast neun... Apo-Films? Ja, neun Stück. Boah, Alter, wenn du alle verkaufst, du bist reich, Junge. Reicht normalerweise für einen Bipo-Man für einen Film. Soll ich mir eigentlich auch damit kaufen, aber... Was? 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 Neun... Neun Apo-Dinger? Ja. Weil die Dinger haben ja vorher 90 C gekostet oder... noch mehr, hängt halt ab. Jo. Ach, meine Ap, soll ich mal drauf achten, ne? Ja. Ey, Heuli, du hast doch bestimmt grad den Stream an, oder? Nein, momentan nicht. Warum? Nein, nur so, nur so, nur so. Dann hör ich uns doppelt an. Das wäre ein bisschen komisch. Machst du doch einfach Ton aus. Nein. Dann lenkt mich das irgendwann ab und dann level ich nicht mehr und dann steh ich dumm rum. Verstehste, doof. Doof. Einfach drauf. Dankeschön. Bittö. Ich mach auch schon ne Tour jetzt. Obwohl man jetzt nur 7-7 geklont ist. Ich mein, es ist 9-9. Alter, das ist doch so einfach, dass ich so Elfzug haben, Alter. Trämmt euch. Ne, es hat 9-7 geklont. Das ist doch jetzt voll einfach, seit es diese ganzen Dungeons gibt. Du kriegst ja die Klon hinterher geschmissen. Ja, außer die S, ne? Auch, die kriegst du auch jetzt, oder? Ja klar, aber das dauert. Ne, da kriegst du diese S, äh, Demon, äh, B plus S, ne? Muss ja nicht plus 15 sein. Plus 15 finde ich übertrieben. Ich hab 70 Stück. Also ich hab meine Argon... Ich habe keine mehr Demon auf, äh, 15-15. Ich hab grad mal nur mein Garbomon, Alter, auf... 15-15 und mein Argon. Für Omnimon, oder was? Ja. Ja, ich hab mein Garbomon nur auf 15. Wie sieht mein F2 aus? Sieht aus wie die NRW-Bälle in, äh, Dragon Ball. Düm, düm, düm. So, 15% noch. Ach, 15%, was lauf ich? 15 Minuten noch. Geht mein Tausender-Booster. Boah, geil, Alter. Die waren mal bei einer Stunde, diese Tausendprozent, gell? Ja. Ja, gab's auch mal. Ja, nee, ich hab noch ganz alte, und die haben die auch die Zeit geändert von denen. Halten jetzt nur noch 31 Minuten. Es ist wieder 18, 300% jetzt. Ja. War ich aufgefallen. Ist dir das nicht aufgefallen, mein Freund? Ja. Da sind 500 Zahlen für das, dass ihr drei Monate lang keine, keine Prozente da unten hattet. Ja, Mann. Das war so... Ich hab auch nicht gezockt in der Zeit. Ich war die einfach nur wie der AFK herum, herumgestanden und die Tausender-Wüste abgefarmt. Ja, ich auch. Ich hab ja auch Lukas geschrieben, dass ich erst anfangen, wenn's ein neues Update gibt, oder so. Der hat n... Das ist los, um einen Dreifern. Ja. Bam, bam. Bam, bam. Erstmal Tassatur. Einfach alles wegballern hier. Einfach alles wegballern. Bumm, 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 bumm. So. Ich mach jetzt einfach so eben. Warte mal. Ich mach jetzt, äh... Chat-Settings. Dann hol ich mir nur den Chat hier raus. Weil der geht mir auf den Sack. Oh, der erste Mix ist ja schon Ende. Oh mein Gott. Hören wir jetzt mal den. Komm, wir hören jetzt den. So. Du, 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 du. Den Chat muss ich eben noch hier. So. Welcome to the Chatroom. Ja, Leute. Schreibt mal was hier in den Chatroom rein. Wat ist denn das hier? Wat, wat, wat. Wat soll das? Die müssen wahrscheinlich sowieso die meisten Meldungen aus unserer Gelder fangen. Oh nein, es sind doch noch andere. Von den anderen Servern. Hepp, hepp, hey we go. Here we go, go, go. 21 Minuten Booster. Ich hab noch 12. Jetzt hab ich richtig Bock, Hawkman auf 65 zu leveln und das BM zu holen. Aber ich hab kein Geld mehr für das BM. Ja, hast du alles im Zeitraum angestellt. Ey, ich hab schon wieder 2T verdient, ja? Sag mal nix. Ich hab den Shop gerade erst vor einer halben Stunde oder so aufgemacht. Und ich hab wieder 2T. Ich krieg 3% pro Meldung, ey. Das ist so awesome, ey. Das ist... Den Apo-Buff hab ich ja auch noch an. Soll ich noch meinen zweiten 1K-Booster reinhauen? Ich beruhle euch gerade, ey. Dann ziehe ich an euch vorbei. Ahaha. Heute mal wieder lustig hier, oder wat? Ahaha. Ja. Ja? Echt? Zack. Boom. Boom. Kaputt. Schnell, ey. Ich hab grad Level abgekriegt schon wieder über 16%, ey. Aber Dingens, das Kart-Game find ich auch momentan geil, dass du da halt 50-1000%-Booster rauskriegst. Hab man eigentlich schon jemals einen 50%-Booster bekommen? Ja, ich, ich. Ich hab auch einen gekriegt. Voll unnötig. Ich hab so viel gekriegt. Das ist so unnötig. Ich hab jetzt 5 Stück und ich hab glaub ich schon 6 oder 7 Stück benutzt. Ich will da Loot. Gib mir da Loot. Was? Aufka, Telefon. Mach dat. Mach dat. Mach dat. Mach dat. Mach dat. So, Chicken-Kombo. Ey, klau mir doch nicht mein Mob hier, wat soll dat? Wie denn deiner? Wo steht denn dein Name drauf? Ja, was steht da drauf? Welch level bist du eigentlich schon bei Echo of Souls? Momentan glaub ich Level 19. Ja, sie sind wieder O. Ja, dafür, dass ich gestern Abend erst um 19 Uhr angefangen hab. Wie lange hast du nur gezockt, ey? Hast du gelevelt oder gequestet? Wer ist das? Gequestet? Ja, du bekommst die Quests quer in den Arsch geschoben. Boah, scheiße ist euch von Boltmund angegriffen. Boah, ich sterbe. Nein, ich darf nicht sterben. Nicht, nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht 3% Thema machen. Nein, nein, nein. Nicht sterben, nicht sterben. Kommt zusammen. Hau ab. Hab sie abgenommen. Bist du doof? Warum? Du schaffst sie nicht. Na. Komme. Phönixfeuer. Bam. Ach ja, du hast ja noch hier Lucky irgendwas, ne? Der Lucky. Äh, Chia war das noch. Chia, ne? Chia. Was machst du jetzt? Ach ja, du bist ja, ähm. Bist ja matt. Ach, matt. Takai bist du, Takai. Neu Minuten noch. Bam, bam. Ach, Chia. Einfach alles rasieren. Einfach alles wegrasieren. Aber gleich krieg ich ne neue Aura. Ha, 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 ha. Das letzte Event hat sich sehr gut geeignet. Also ich hab, ich bin, ich hab letztes Event immer durchgehalten. Die ganzen Monat, die letzten drei Monate. Und ich bin immer noch dabei, die, äh, Digi Aura Boxen da zu verballern. Ich hab auch noch die Digi, ich hab noch 73 Digi Aura Boxen, die drei, äh, die drei Stunden gehen. Ich hab noch fünf Boxen, die fünf Tage gehen, äh, sieben Tage. Krass. Ich könnt mir ja am Arsch beißen wegen der 30 Tage Digi Aura, ey. Aber was will man machen, ey. Ist jetzt passiert. Gut, kann man ja auch nicht ändern. Allerdings sollte man ja das Frühschritt von allem machen und dann, äh, und auch von Digimon. Falls was verloren geht, wird's dann ersetzt. Aber wie viele Screenshots willst du da machen? Das muss man sich allein nur überlegen. Von jedem Digimon, sozusagen, musst du ja einen Screenshot machen. Wegen Level, Digi Aura, äh, also welche Klon die hat. Ah. Ja, ein 50. Der hat mir den F2 überlebt. Ja, vielleicht würde ich sie aber auch mal skillen. Ja, ich auch. Richtig zu faul immer zu skillen, weil ich mit Auto-Ticks einfach, äh, viel mehr Damage mach. Ja, irgendwann muss ich mal. Ich hab'n Normal Attack, äh, Normal Attack von 2,2. 2,2k. Warte mal, hab ich was verkauft? Ey, ich brauch, ich brauch wieviel? Ah, vielleicht frag ich mal, wenn ich gleich 10T hab' oder so, ob mein Cousin mir für seine 49 Pesel mir den Holy Ring kauft. Vielleicht... Holy Ring ist aber für Ding, ne? Äh, ja, ich mein, ähm... Ähm, Holy... Holy Wing, ne? Ja, Holy Wing. Ja, Holy Wing. Ja, Holy Wing. Orion Ring, oder? Oder Holy Wing? Ne, Holy Wing. Holy Ring ist für, äh, Lotmon, glaub ich, ne? Lotmon. Ja. Lotmon, ja. Der fehlt mir auch noch, dann hab' ich auch alle 3 Engel da. Hab' ich schon. Ja, ich weiß jetzt, dass du das hast. Das stimmt, ja. Ich bin da ganz durcheinander mit... Achso, du meinst wegen diesem Buff da, oder was? Ja, genau. Hab' ich grad drin, aber ich versteh' den überhaupt gar nicht. Ich hab' den Apo-Buff grad drin, ne? Der gibt mir... Normal Attack. Der Apo-Buff ist immer noch der Beste. Äh, 12% äh, Damage und 70%ige Chance. Mit einem Normal Attack irgendwie zu machen. Und noch... Äh, 15% mehr HP. Aha. Nur weil so'n Scheiß, wenn du noch Attack-Speed hast. Hahaha. Oh, der haut aber richtig schnell zu, ne? Den... Den kriegt man doch aber erst, wenn alle... 4... 1 Apo-Kalibon-BM-Item haben, oder? Bitte? Den Buff. Ja, was ist damit? Den bekommt man doch nur, wenn... Äh, wenn du bei allen 4... Ja. Apo-Kalibon freischaltest, oder? Ja. Ja. Du brauchst ja 4x das Scheiß-Item. Ja. Ja. Oh, neuer Follower. Neuer Follower. Wer ist der Neue? Oh, schnell schnell gucken. Oh, da kann... Was? So? Was? So? Oh, da konnte ich jetzt gar nicht aussprechen, ey. Tut mir jetzt voll leid, ey. Tut mir leid, der Herr. Aber danke für das Follower. Auf jeden Fall. Lieben, vielen Dank. Tidim. Tidim. Erstmal hier das Geld einsammeln. Sämtlich bekomme ich das Geld.